Will sich Kelly Reaper tatsächlich von ihrem Ehemann Mark Consuelos scheiden lassen? In der aktuellen Folge ihrer TV-Talkshow Live with Kelly und Mark spricht Kelly ein überraschendes Thema an. Sie erzählt von einem Artikel über die steigende Scheidungsrate bei Paaren in ihren 50ern. Der Text sei so faszinierend gewesen, dass sie kurzzeitig überlegt habe, sich ebenfalls scheiden zu lassen. Es klingt erst erstaunlich und dann merkt man, oh, das ist eigentlich ein sehr düsteres Thema, erklärt Kelly ihre Gedanken. Sie betont jedoch, dass die Erzählweise des Autors sehr beruhigend gewesen sei. Fans können also aufatmen. Die Ehe der beiden Schauspieler ist nicht in Gefahr. Ein Ende ihrer Beziehung wäre auch überraschend, denn das Paar schwärmt seit Jahren voneinander. In der Show Quarantined with Bruce im Jahr 2020 sagte Kelly, wir haben uns zur richtigen Zeit gefunden. Wir kennen einander gut und das bringt Komfort, Vertrauen und Experimentierfreude mit sich. Die beiden teilen sogar offen, intime Details aus ihrem gemeinsamen Leben. Allerdings gibt es auch Marotten, die Kelly und Mark absolut verrückt machen. Im Podcast Let's Talk Off Camera verriet sie, dass Mark sie mit offenen Augen küsst. Er küsst mich und als ich meine Augen öffne, starrt er mich an, erzählt sie schmunzelnd. Trotz dieser Eigenheiten sind sie seit fast 30 Jahren glücklich verheiratet. In diesem Frühjahr feierten sie ihren 28. Hochzeitstag und haben drei gemeinsame Kinder. Ihre Fans können sich also weiterhin auf das charmante Duo freuen.